Hey ihr Lieben, das nenne ich mal wieder ein Blitzrezept und zwar Flammkuchen mit Blätterteig und statt Speck mit Sucuk. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes benötigen wir natürlich Blätterteig. Ich habe jetzt hier Theka Blätterteig, den musste ich etwas auftauen lassen. Den bemehle ich jetzt etwas und rolle ihn zu einem, ja ich sag mal zu einem Viereck aus. Also etwas dünner als er ist, aber jetzt auch wieder nicht zu dünn ausrollen. Immer wieder etwas Mehl benutzen bzw. immer wieder umdrehen, dann geht es am einfachsten. Wenn ihr dann soweit seid, könnt ihr dann einen Becher Schmand nehmen und den verteile ich jetzt auf die drei Blätterteige, die ich zuvor ausgerollt habe. Wer mag, kann natürlich auch gerne Kräuterkrème fraîche nehmen, das gibt nochmal einen gewissen Pepp. Dann habe ich eine halbe Zwiebel, die habe ich dann in ganz dünne Scheiben geschnitten und die verteile ich auf den Blätterteig. Als nächstes habe ich hier Frühlingszwiebeln, das wird ebenfalls drauf verteilt. Auch eine Alternative wäre zum Beispiel Lauch bzw. Porree. Das Ganze würze ich mit Salz, Pfeffer und Oregano oder Oregano. Und statt Speck, da wir kein Speck essen, gebe ich darüber Sucuk, diese türkische Knoblauchwurst. Und was darf natürlich nicht fehlen, etwas geriebenen Käse. Nicht so viel, so ca. 2-3 große Esslöffel voll. Das Ganze kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20-25 Minuten. Zum Schluss könnt ihr das Ganze noch mit etwas Schnittlauch bestreuen, wenn ihr mögt. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlässt doch gerne einen Daumen nach oben.